Hi Leute, ich bin's ja wieder, euer Jaspirou. Ja, die 50 Abos sind geschafft. Ich freue mich wirklich. Ich bedanke mich auch bei allen von euch für die tolle Unterstützung. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt gesagt habe, wenn ich 50 Abonnenten habe, mache ich ein Gewinnspiel. Ein mit einem Schuhkarton. Das war eine Schuhgröße, 44, damit ihr mal wisst, wie groß der ist. Das ist schon ziemlich groß. Und, ja, würde ich sagen, fangen wir an. Da haben wir jetzt erstes Knatterblitze. 2, 4, 6, 7, ne, 1, 2, 3, 4, 5 sind das. 6, 7, dann hier drinne, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 Packungen. Na, ich lasse mir alle wieder hier rein. Oder zumindest so viel wie geht. So, dann haben wir hier einmal Diamond Pure Cracker, noch zugestopft. Dann ältere Color Pure Cracker, mit den alten Color noch hoch. Dann hier drüben haben wir 1, 2, 3, 4 mal Powerboards. Dann haben wir jetzt drinnen noch ein bisschen was. Powerboards, Tyrospeedie und so'n Zeug. Dann nochmal 3 mal Meteorite. Also 60 Stück insgesamt. Hier nochmal einen losen. Magic X-X1 Magic Spinball. Dann nochmal 10 Super. Dann nochmal hier einen Partyknaller. Dann hier nochmal 2 Bombetten. Dann müsst ihr hier unten, wo das Loch drinne ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier. Dann müsst ihr dann die Zinschne reinstecken. Und ja. Ich schaue hier halt noch eine Packung. X-X2 Magic Spinball. Ja. Das ist mein Gewinnspiel. Ähm. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, dann genauso wieder wie beim letzten Mal. Ihr müsst ein Abonnent von mir sein. Und ihr müsst unter das Gewinnspiel schreiben. ich will gewinnen. Ja. Am Ende wird dann ausgelost. Diesmal werden auch alle ausgelost. Also auch Let's Player. Ja. Und... Wie halt gesagt. Also unter die Kommentare schreiben, ich will gewinnen. Und ihr müsst ein Abonnent von mir sein. Wenn ihr das gewinnen wollt. Und... Ihr müsst auch in Deutschland wohnen. Wenn ich das ins Ausland schicke, kostet das ja nochmal extra. Ähm. Bei dem Pyro Boy 11 zuvor. Der hat auch in der Schweiz gewohnt. Aber ich hab's, ähm... seiner Oma geschickt. Die wohnt in Deutschland. Und... Da geht es ja. So. Also wenn ihr gewinnen wollt, Abonnent von mir sein. Und... Unter die Kommentare schreiben, ich will gewinnen. So. Und... Dann wünsche ich euch viel Glück. Ach so. Ausgelost wird morgen 16 Uhr. Oder 15 Uhr. Ich weiß es noch nicht. Diesmal etwas früher. Ja, ich werd gucken. Ähm. Ja, mal gucken. Wir legen jetzt gleich mal ein Uhrzeit fest. Sage ich... 17 Uhr. 17 Uhr machen wir. Bis 17 Uhr morgen. Und da wünsche ich euch viel Glück. Ja. Ciao. Euer JustPyro.